Ich bin die Christine. Ich bin seit 2014 in Chemnitz im Stadtrat und habe also die großartige Gelegenheit, hier grüne Politik zu machen. Eins unserer jüngeren Projekte ist die Bewerbung der Stadt Chemnitz als Fairtrade Town. Jetzt gerade sind wir hier im Weltladen in Chemnitz und hier gibt es so tolle Sachen wie den Chemnitz-Kaffee und Chemnitz-Schokolade. Dinge, die engagierte Menschen hier in der Stadt schon auf die Beine gestellt haben. Das ist mir eben so ein wichtiges Projekt, weil wir neben den vielen Dingen, die wir tun für eine gerechtere Gesellschaft in der Stadt und eine nachhaltige Stadtentwicklung eben auch einen Beitrag leisten für mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit weltweit.